Hallo und herzlich willkommen zur 34. Ausgabe von Ollis Abendshow. Die Themen heute, Filmpremiere Apparat Spot 3, Amos, der Imperator des Pop und Chris Roberts im Interview. Außerdem steht der Gewinner des Center Park Gewinnspiels fest. Das alles und wie immer noch viel, viel mehr in den nächsten rund 55 Minuten. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Der Fachwitz der Woche. Was hängt im Urwald an den Bäumen? Urlaub natürlich. Sie hören Ollis Abendshow jeden ersten und dritten Mittwoch im Monat hier auf O1. Ollis Abendshow. Schalten Sie ein, dann schalten Sie ab.